Okay, das ist Musik aus Mario Galaxy diesmal in diesem Schloss. Wir fangen direkt hier mit an, das ist schön. Ich wette, der fügt sich gleich wieder zusammen. Ah, toll. Womps. Muss man hier warten. So, keinen Bock dann zu killen. Boah, hier kommt überall... Oh Gott, scheiße. Leben. Ich brauche wieder ein neues Leben. Defensivpilz wird mir nicht... Okay, jetzt könnt ihr mir doch was ausrechnen. Wow. Oh, Mist, Alter. Ich stelle mich gerade echt doof an. Okay. Wir haben unseren zweiten Stern. Bitte nicht nach mir schmeißen, ich bin schon weg. Boah, nicht da hinspringen. Checkpoint wäre jetzt mal... Ah, wunderbar. Auf, Kommando. Hui, ich gleite hierher. Tada, da kann ich das hier machen. Wow, oh Gott. Okay, komm, wir gleiten jetzt hier hin. War wahrscheinlich nicht der vorgesehene Weg, da hinzukommen. Aber ich konnte einfach so hoch springen gerade. Ist das die Boss-Tür? Okay. So eine Yoshis Island-Tür. Und eine Feuerblume. Vielleicht wird hier am Bauchen für den Fight. Jetzt echt einiges übersprungen, glaube ich. Auf. Okay, und Mario ist halt immer so in der Luft, wenn man eine Tür öffnet. Okay, du bist der Boss. Ach. Passiert ja gar nichts. Oh. Ach, ich glaube, ich verstehe. Moment. Locker muss ich... Oh, scheiße. Ach. Okay, ich habe ihn aber verstanden. Ja, jetzt habe ich ihn verstanden. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich stelle mich immer an den... Ah, der kann aber das. Ich stelle mich immer an den Rand. Und sobald er sich dreht, wird er mir nicht mehr folgen. Und dann... Ja, so läuft das. So, vorsichtig vor dem Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich das in der Mitte einheißen soll. Oder vielleicht... Ich weiß auch gar nicht, wie viele Treffer der... Oh, okay, ich glaube, ich habe es verkackt gerade. Wie viele Treffer er insgesamt braucht. Ob 3 die goldene Zahl ist. Oh, Mist. Ich habe mich extra dahingestellt, in der Hoffnung, dass ich nicht getroffen werde. Und... Er lebt weiter. Oh, ich bin zu früh gesprungen. Oh, Mist. Er ist schwer. Oh, nö, ich muss ja von hier anfangen. Okay, komm, das machen wir ganz schnell. Wow, das war knapp. Moment, wie habe ich das nochmal eben gemacht? Bin ich aber eben so... Oh, yeah. Okay, nein, diesmal wird das, glaube ich, nicht reichen. Doch, diesmal so wird das reichen. Oh, yeah. Und off. Okay. Und dann sind wir schon ruckzuck da. Dann behalte ich aber das. Die Vollblumen bringt mir ja gar nichts. Oder? Dann bin ich wenigstens ein bisschen... ...bisschen mobiler. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe richtig viel Schaden gefressen gerade. Ich habe dreimal Schaden gekriegt. Okay. Vor allem, die Musik ist nicht immer gleich laut. Das Lied ist viel leiser als zum Beispiel das Lied davor. So, bevor man zum Boss geht. Sollte man vielleicht auch noch dran arbeiten? Ich meine, sollte man dran arbeiten. Daran wird eh nicht mehr gearbeitet. Weil das Spiel schon, glaube ich, zwei Jahre alt ist. So, ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Neu ist. Okay. So, hier hin. Die Flammen sind ein bisschen das Problem. Aber wenn man weiß, wie, dann kann man den noch ausweichen. So. Wahrscheinlich müssen wir alle einmal kaputt machen, oder? Okay, dann den noch. Oh, nein. Vier. Komische Zahl. Okay. Ich meine, normalerweise kriegt ein Boss drei Treffer. Aber dieser nicht, weil da fünf Gitter sind. Okay, reißen wir fünf Gitter ein. Nein, wir reißen nur vier davon ein. Das ist echt eine sehr zahme Zahl. So. Und damit haben wir Welt 1 durch. Alles klar. Snake Plates Sands. Natürlich ist Welt 2 eine Wüstenwelt. Was denn noch sonst? Oh. Ah. Ach so, da werde ich ein bisschen runtergespült, aber. So, ich kann da sonst was stehen. 2, 2, 2, 2. Aber. So. Die. Dem macht das nichts aus. Das ist irgendwie ironisch, weil. Ähm. Naja, generell Mario spielen, die Vollblumen, denen nichts anhaben können, den. Wow. Ich dachte schon, das muss doch Nacken geben. Vollblumen können, ähm. Knochen-Talk nix anhaben. Aber in Paper Mario den Rollen spielen, ist das so, dass. Äh. Die empfindlich gegen Feuer sind. Dass die ihre größte Schwäche ist. Also irgendwie das genaue Gegenteil. Aber da das jetzt sich wohl mehr an allen Plattformen orientiert. Das ist jetzt wieder wirkungslos. Ach, geh weg. So viele Flammen und so viele Fuzzis, man. Kann ich nicht, die kann ich auch nicht kennen. Schade. Das Ding wäre auch cool, wenn das einen Sound-Effekt hat. Also wisst ihr, wie es in Super Mario holt, das? Okay, vergiss diesen Pölzin, kriege ich nicht. Mist, ich hab's schon ge... Oh, ich hab's mir schon gedacht, dass das Ding da drunter ist. Okay, nicht sterben, da sehe ich schon den Checkpoint. Yes. Alles klar. Und wieder das gute Ding. Ach, ist das schön. Pfiou. So, jetzt noch ein bisschen Leben dazu. Und das wäre optimal. So, Power-Ups und Leben, das ist echt eine getrennte Sache. Okay. Okay, den anderen kann ich jetzt nicht mehr öffnen. Okay, und das Block-Ketten-Ding geht weiter. Äh, oh Gott. Oh, oh nein. Meine Mobilität ist weg. Pilz. Das... Aber das bringt mir nichts. Das bringt mir genau gar nichts. So, wir gehen jetzt ja voll die Umwege. Seht ihr, ich treffe den noch nicht mal. Boah. Ich meine, ich sollte vielleicht lieber einfach nur weglaufen. Der ist schlauer. Ich treffe den ja auch nicht. Pilz. Nein. Ah. Oh, fuck. Voll gut. So, ich halte jetzt auch schon nach diesem dritten Teil. Und dann... Komm ich da hoch? Ja. Oh, es geht weiter. Nein. Wie unschön. Ah, da ist er ja. Okay. Der war einfach zu holen. Oh, nein. Ich wette, ich war erst so kurz zum Ziel, ne? War das ja was? Keine Sorge, das wird nicht so lange dauern wie vorher. Weil ich mache jetzt Speedrun. Ist auf Speedrun Max Mechaniken. Hui. Seht ihr? Und das halbe Level ungefähr abgekürzt damit. Damit sind wir schon wieder fast wo ich vorher war. Okay, vielleicht nicht so sehr abgehen. Aber ist schon eine ordentliche Abkürzung. Finde ich auch ein bisschen froh drüber. Das nicht nochmal machen zu müssen. Oh, ich habe nicht mal ganz verstanden, was das Power-Up ist. So Blumen? Oh, hier. Pusteblume oder sowas? Oh, natürlich bin ich kurz vor dem Ziel gestorben. Was denn auch sonst? Oh, Mann. Selbstverständlich. Das passiert nämlich jedes Mal. Okay. Wo geht es denn jetzt hier lang? Achso, da ist so ein Pilzhaus. Oh, nett. Dass das Schloss sich so umknickt dabei. Ah, im Prinzip habe ich nichts bekommen. Das ist echt ein blöder Fehler. So, wenn ich aus der Tür raus will, dann hüpft er so ein Stück und dann schwebe ich durch die Tür. Das sieht unrichtig aus. So, was denn zuerst? Das ist 2-2. So machen wir das zuerst. Ah, Geisterhaus. Oh, ach Mann. Eigentlich wollte ich das andere behalten. Naja, vielleicht werde ich das hier ja doch brauchen. So, ich denke mal nicht, dass ich die töten kann. Oh. Okay. Ja, und jetzt? Boah. Das war jetzt aber auch nur geraten. Oh, ein Leben bekommen. Der ist ein Leben bekommen Soundeffekt. Der ist total falsch irgendwie. Ach so, aber ich muss hier durch, ohne mich treffen zu lassen, damit ich ihn kriegen kann. Oder ich kriege einen neuen Maulwurfanzug und kann damit zurück. Nein. Kriege ich nicht. Ui, ist mir egal. Nein, ich wollte gerade sterben, weil ich muss die Stelle schaffen, ohne einen Treffer zu kassieren. Das ist ein bisschen fies, aber das wird halt verlangt. So, und jetzt war ich ja besser, dass ich hier hinspringen muss. So, hab mir den Weg ein bisschen gemerkt. Oh, boah. So, so gesehen ein Geisterkreis. Schnapp ich mir noch den Pilz hier. Ja, das ist wohl das Spiel, wo ein Pilz besser ist als eine Feuerblume und alles andere auch. Boah. Oh Mann, ich konnte gerade nichts sehen. Das ist ja gemein. Okay. Auch gut umgesetzt. Hier sind echt viele Sachen, so diese Böden, die erst auftauchen, irgendwie, wenn man da in der Nähe ist. So Sachen, die es einfach in Mario 3D Land und World einfach gibt. Und was ist das für ein Fangame? Echt, sehr gut umgesetzt. Ah. Tada. Zweites Ding bekommen. So, zack, zack. Okay, ich kriege eine Feuerblume. Ja, ich ging auch nicht davon aus, dass das klappen würde. Oh, das ist nett. Ui, direkt noch ein Pilz. Das ist großzügig. Da muss jetzt wohl was echt Schlimmes kommen. Ja, der hilft mir jetzt auch kein Pilz weiter, wenn ich... Okay, hier geht's lang. Hm, ein bisschen Labyrinth-mäßig. Ich will da oben hin. Wahrscheinlich muss ich da auch hin, oder? Okay. Ui. So, ah, das dritte. Die dritte Münze. Moment, aber wie kriege ich die? Und mit Münze meine ich immer noch Stern. Das ist... ...grosses Problem von mir. Mist, wie komme ich denn da hin? Ich will jetzt nicht einfach in den Abgrund springen. Und hoffen, dass er Boden ist. Aber muss ich ja wohl. Und ich hatte recht. Okay, nur jetzt... ...sehe ich nicht mehr... ...woah, okay. Aber hauptsache, ich hab's. Ey, nicht weiter verfolgen, bitte. Das war gerade echt schwer. Ich musste... ...den Knopf, also ein... ...R-Schulterknopf drücken. Und rennen und springen gleichzeitig. Meine Hand war so verrenkt. Einfach von dieser Performance gerade. Weil ich meine generell, nochmal um dran zu erinnern. Der Sprungknopf ist... ...n bisschen ungünstig gelegen. Dass ich halt... ...so quer über den Controller halt... ...zugreifen muss. Weil die nicht... ...weil springen und rennen nicht nebeneinander sind, die Knöpfe. Was denn nun? Boah, da spawnt das Ding. Okay. Da ist das Ziel. Okay. Und... ...woah, geschafft. Yes. Okay, das Spiel ist anspruchsvoll. Aber irgendwie... ...hinge ich am zweiten Level am... ...schlimmsten fest. Hui. Okay. Damit können wir direkt ins Schloss gehen. Aber natürlich will ich erst da oben hin. Dieses Level. Okay, wieder diese Melodie. Okay, jeder Sprung... ...endert das. Und das ist eine Sache, die mich immer schon verwirrt hat. Und ich mal... ...mich selber damit zu sehen in meinen Tod... Oh! Okay. Ich... ...ich... ...muss zweimal drücken, um... ...das auch zu aktivieren hier. Sonst springe ich nur so. Nicht gedrückt halten, das geht nicht. So. Einmal da hin. Da ist eine... ...eine... ...ein Stern. Ich weiß nämlich, ob es der erste ist. Yeah. Ich bin stärker. Kann ich hier drauf springen? So. Ja, es ist der erste. Alles gut. Krieg ich nix. Oh. Okay. Versteht diese böse Kombination hier. Hier ist nix. Ich kann auch so drehen. Hier ist wirklich nix. Ich krieg das nochmal. Haha. Wenn ich auf ihn drauf bin, dann kann der nix mehr machen. So. Hab auch hier nix übersehen, oder? Ich denk mal nicht. Aber das da oben sieht noch etwas aus. Oh. Also. Okay, hab ein Leben bekommen. Ah, da ist sie. Der Stern. Ich will mal die Star-Coin sagen. Das ist nur ein Star ohne Coin. Oh. Fuck. Oh man. Okay, jetzt hört der Spaß hier auf. Der Ernst des Lebens ist wieder da. Boah. Scheiße. Mir geht ein bisschen das Leben aus hier. Okay. Bin tot. Schade, schade. So, wo war das hier genau? Gut. Komm, das Leben hol ich mir mal. So. Und jetzt nicht mehr treffen lassen. Kann ich auch direkt? Oh nein. Kann ich nicht. Jetzt kann ich. Ach, man ist halt viel flexibler. Ich finde das gut, dass sie so eine Art Power-Up hier eingeführt haben. Oder der, der es gemacht hat. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, dass dieser Sprung so hoch gehen kann. Wenn man mit dem Power-Up auf den Gegner russpringt, dann erreiche ich echt ganz schöne Wege teilweise. Habt ihr gesehen, wie ich da einfach am Ende nur hoch bin. Okay. Nächstes Schloss. Lokobokos Drackatak. Von Identisch ausgezolt Crowdatakatakatakatakatakatakatakati. Und dann, wo wo man fundamentally eretsiza.